hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play äh nicht Let's Play Let's Build beziehungsweise Militärbase ja wird ein sehr sehr großes Vorhaben wie man sieht so so jetzt ziehen wir mal eine dicke Stahlfront so so oh die letzte Folge ging 30 Minuten ähm die Folgen jetzt werden kürzer und ja ähm hier müssten wir jetzt noch so 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 jetzt haben wir das hier schon mal jetzt müssten wir bloß noch den Rest der Wand hier auskleiden mit Stahl beziehungsweise Eisen denn zu diesem Raum hat hier nicht jeder Zugang das ist nämlich der wertvollste Raum für diese Einheit die Ausrüstungskammer und das ist hier nämlich die Ausrüstungskammer so 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 in Chrome. Oh, 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 oh. So, was heißt das hier für uns? Und da hier im Lox neugmal Offiziere sind, nein, so Soldaten heißt das. Das Baum, M1 Garant habe ich auch noch nie getestet. Außerdem habe ich die Bar, die wollte ich noch nicht. Hier, GWN43, M1 Garant, GWN43, GWN43, KAR, M1 Garant, Am2 Garant, GWN43, M1auft kunzigen. So, wenn jetzt einer sagen würde, du kriegst es Alarm, darum sind sie. So. So, wenn mir einer sagt, dort unten ist Gefechtsalarm. So, jetzt baller ich wirklich bloß rum. Hier wäre so eine Anbrücke darüber nicht schlecht. Okay. 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 So. 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 das muss ja auch mal sein nach der nicht so gut aus der hier T34 ja der sieht schon ein bisschen besser aus genauso wie der Shihar der Tiger sieht auch nice aus der Hobo also nicht so gut ist der der KV1 so Also, wir üben mal das Bombandieren. Und jetzt bräuchten wir hier noch Fuel und Browning. Und jetzt bräuchten wir hier noch. Und jetzt bräuchten wir hier noch. Und jetzt bräuchten wir hier noch. Mal gucken. 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 sie und haben noch so ein bisschen nuklearen Katastrophe sein also heißt es dass wir es komplett verballern so 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 Das war's. Ich weiß, was hier muss sehr, sehr gut verbindt werden. Eigentlich hätte ich bloß Feuer um den Turm wegzusprengen. So. Ja, so geht es auch. So. 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 jetzt mal genug zerstört. jetzt jetzt müssen wir an der Base weiterbauen so so jetzt jetzt noch scheiß drauf aufstürzen gut Leute haut rein